das ist tatsächlich kraft das ist eine fertigkeit ich werde das immer so im prinzip die ganze zeit immer mal wieder so mich umschauen ich kann damit keine genauen spezifischen analysen oder augen lesen oder sowas sondern einfach nur disruptionen im immaterium spüren ich weiß nicht ob das ausreicht für den psionischen link von dienstealer oder tyranniten vermutlich nur bei einem extrem gut also immer mal wieder also regelmäßig wirst du danach suchen ob es irgendwelche aktivitäten gibt dann musst du das würfeln ja das ist ein wahrnehmungswurf ich kann immer machen soll ich einfach einmal würfeln ja gibt mir jetzt einfach mal deine wahrnehmung und dann kann ich dir wenn es soweit ist beschreiben was passiert du sagst du machst das immer mal wieder 21 sich sieht gut aus ja das sind ich habe es auf 50 dann gerade so nur zwei erfolgsgrade so damit kann ich jetzt auch die reichweite bestimmen mit meinen erfolgskarten das hatte ich gerade offen ich schreibe es dir gleich wie viel reichweite das genau hat gabriel hätte sich relativ direkt vor die sieges halle begeben wenn wir nicht alle sowieso da stehen und jeden der reingegangen ist schon mal mit seinem diagnosehelm auf dem kopf den helm legt er sowieso nur in den seltensten fällen ab seitdem er den hat mit der infrarotsicht begutachten ob die denn alle ähnlich scheinen oder einer aus der reihe tanzen du kannst bei den katacana anerkennen die sind wohl etwas kühler als normal die aurane sind etwas warm wärmer als normal und ansonsten gibt es keine auffälligkeiten also der menschliche standard wenn er dann wie selbstverständlich an die vorbeigeht ist cold benix der maschinenpriester den ihr dann eure reihen aufgenommen habt archival test der brigaderoffizier und dias lan der selbstverständlich auch eingeladen ist auch der hat eben eine normale körpertemperatur die daneben die gesagt die aurane aber ich gleich nach oben ab die katacana leicht nach unten da wir jetzt schon aufbrechen müssen würde ich ganz gerne der freihändler ist ja nicht mit runter gekommen richtig doch doch der ist und der dias lan ist in der siegeshalle dann möchte ich mich vorweg einmal abpassen mein lord was kann ich für euch tun wir müssen etwas früher aufbrechen als geplans darum möchte ich euch darum bitten ob ihr nicht einige das aussenden könnte einige der diablo don eier zu sammeln ja hoffentlich auch falls sie welche finden haben wir denn die erlaubnis dafür dass wir jetzt mit unseren shuttles durch den orbit fliegen dürfen einfach ja nun wir konnten unserem thunderhawk problemlos benutzen selbstverständlich er hatte die erlaubnis von dem kreide wenn ihr jetzt sagt dass wir mit unseren eigenen nun sonden und transportern hin und er fahren dürfen dann selbstverständlich machen wir das dann fangen wir mit der kolonisierung an und du werdet ihr sicherlich auch den ein oder anderen diablo don bekommen bzw eier von ihnen wo ganz wie ihr mögt wir werden sicherlich auch mit unseren bestienmeistern ein lebendes exemplar fangen die machen sich gut in den zoos ich sehe dort hinten diese die sensor gibt mir kurz einen moment werte sensor wir sehen uns gleich damit geht dann die siegesäule ja was wollt ihr ich wollte gerade zu euch wollte fragen ob es möglich ist da ich selbst vermutlich nicht die zeit dazu aber wäre es möglich dass ich einige meiner bediensteten aussender mir einige diablo dann eier zu besorgen diablo don eier nun selbstverständlich wartet einfach die siegesfeier ab danach sollt ihr eure bediensteten losschicken können jetzt wollen wir seine feiern immerhin habt ihr große siegerung nicht nur den einen mit dem diablo don sondern auch die auslöschung und die reinigung von unserer quarantäne dem dorf kommt wir haben alles vorbereitet für euch ich würde ihr dann folgen ich würde aber tatsächlich weil warum warten ja es gibt ja auf dem schiff genug leute die nicht zur feier gehen ungefähr 10.000 leute oder so was auch vielleicht auch 30.000 einmal erst lahn er kommen er anfangen oder in beziehung oder ihn tatsächlich dann direkt in der halle wieder aufgreifen und ihm mitteilen dass er für mich mit einigen shuttles einige eier besorgen darf oder soll oder kann ja ihr könnt dann in die siegeshalle eintreten die tatsächlich dann eben im gegensatz zu all den anderen gebäuden aus holz gefertigt ist und es gibt auch das ein oder andere fenster in höherer position so dass daneben auch warmes goldenes licht hindurch fällt mehrere lange tische wurden hier aufgestellt und es gibt reichhaltige speisen und auch getränke das planeten die sich dann hier auf großen schüsseln türmen auch viel fleisch was er erkennen könnte sicherlich von vielen dinos oder von ja mal die sektoren werden nicht dabei sein aber der drecks fleisch grox fleisch beziehungsweise agrax als als unter kreatur früchte könnt ihr erkennen gebackenes getreide ja es ist ein festschmaus wenn ihr dann die gegrillten midasaurier rippen erkennen könnt die da wohl mit irgendwie honig oder so etwas beträufelt worden sind krüge mit frucht nektar oder fermentiertes rotes rindensaft der da bereitsteht und direkt für euch wurde ein etwas größerer tisch stand beiseite gestellt als ehrengast dürft ihr euch dann an dem tisch ganz vorne zu dem kaele setzen haben der dort bereits sitzt und auch trinkt und ihr könnt auch erkennen wie es hier wohl eine kleine grube gibt in der blutspuren hängen eine große statue die wohl von einem weiteren der primarchen kündet mitten hier im inneren der der siegeshalle aufgebaut könnt ihr erkennen wie das ist wohl lange zottlige mähne eine große axt in der hand lieben was fürchtet und während ihr während ihr gerade an dem tisch von vater marius vorbei geht da könnt ihr sogar reden hören wie er gerade von den drei prüfungen des lieben ross berichtet die die eine prüfung gestern wohl so ein bisschen aus also den den kampf lässt da ein bisschen weg aber es gibt wohl irgendwie essen und zechen mit dem imperator wie wir wie wir den 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 meister des imperiums herausgefordert hat und die dann bei den prüfungen besiegt hat lieben was ja und während während ihr dann kurz stehen bleibt vor allem tor da kannst du stehen bleiben lauscht an den den berichten von dem alten mann wie er damit viel also trotz seines alters wie er mit viel herzensblut mit viel liebe über über niemen rasse berichtet und erzählt und auch die die das scheint ja auch an tatsächlich wirklich zu zu berühren wie er da gerade von vom zechen und vom essen spricht ja natürlich auch so ein bisschen vom kampf verschweigt er dann auch dass das der imperator gegen seinen sohn und bekämpfte das ist das so ein bisschen über den tisch fallen aber essen und zechen also die du kannst ihm gar nicht genug lauschen ich gehe natürlich auch nach vorne zur statu knie mich nieder und suche eigentlich schon gleichzeitig einen krug oder bier und sonst was dergleichen um ihn anzustoßen wirst du finden auf alle fälle und gebe dann mein krug vor lieben was die tiere die riebe der space ja während ihr gerade gleich stark könnt ihr sehen wie heidel nach vorne tritt und war dann vor gabriel tritt er hat in seiner hände einen situ aus wie ein stein oder ein ja so ein stein den er jetzt direkt vor gabriel in zwei teile bricht und ihnen dir dann vor die füße schmeißt daraufhin könnt ihr sehen wie die gesamte siegeshalle aufhört zu reden und zu unterhalten und alle blicken auf gabriel ich schaue mir an diesen stein an ohne den in die hände zu nehmen was genau kann ich den irgendwie identifizieren es ist ein ganz normaler stein du siehst wie sich der kail erhebt heidel ist es dein ernst ist es geile was hat dies zu bedeuten ich fürchte hatte ich herausgefordert oder der fels des golds du der kail tritt von seinem tisch beiseite er sieht säuerlich aus weil jetzt seine gäste die dann hier also du beleidigt worden bist aber er muss den reden jetzt folgen er ist aber auch das nichtste mit dem mit dem verhalten von heidel ist auf keinen fall zufrieden das kannst du erkennen und er tritt dann auf euch heran von seinem tisch du nimmst den stein zumindest hier eine hälfte zerbricht sie und bestimmst damit eckpunkte du kannst sie so groß wählen wie du willst und auch er wird den stein weiter zerbrechen dies wird die kampferiene bestimmen ihr kämpft nun meistens bis zum ersten blut aber ihr könnt euch trotz des ersten bluts dann dem sieger steht es frei ob ihr den schädel des vernierers zerschmettert er schaut so ein bisschen weiter säuerlich auf heidel und entschuldigend in richtung von deiner seite gabriel macht zwei schritte auf heidel zu und turnt sich in seiner rüstung über ihn auf du glaubst dass du mich herausfordern kannst ich habe es getan was das schlimmste ist was für dich passieren könnte ich nehme deine herausforderung an ja er nimmt den halbierten stein auf die andere hälfte lässt er dir zerbricht den weiter an seiner hand und lässt die beiden teile direkt hinter sich fallen ich hebe den stein mit einer hand auf lasse ihn da ich nicht wirklich weiß an welchen eckpunkten bestimmt wird du du bestimmst es also er lässt 22 also hälfte hälfte er lässt zwei viertel fallen und jeweils dass das eine viertel ist ein eckpunkt das andere viertel ist ein eckpunkt und deine spannen dann das viereck oder das dass wir dass das viereck auf ob das jetzt quadratisch ist oder rechteckig das lässt sich hier drinnen fallen ja genau er lässt es direkt hinter sich zeigen der eine steht der eine liegt hier der eine liegt da also er sagt ein sehr kleines kampfgebiet voraus du kannst es jetzt natürlich aufspannen wie du willst dann ist es halt trapezförmig aber du kannst jetzt was machen was du willst lege ich ein kleines stück und lasse ich ein kleines stück mit der einen hand hinter mir fallen auf dein kleines stück mit der anderen hand auf der anderen seite wenn er mich nah an ihm haben möchte dann gewähre ich ihm diesen wunsch ja du siehst wie er aus seinem gürtel eine klinge heraus zieht eigentlich wird von mir erwartet dass ich meine rüstung rausgehe wahrscheinlich mal das kann ich dann gerüstet also rüstung hat ja er hat halt so einer so eine saurier schuppen rüstung an das ist jetzt das ist jetzt nicht so ohne diablo rüstung die ist es nicht aber irgendwie so eine agrax rüstung wird sein also ich schlag dem kräger das vor dass beide kämpfer ihre rüstungen ablegen sollten um wenigstens den anstand zu wahren dass sich zwei mit denselben fähigkeiten messen das wollte gerade todal direkt hinter dem angel machen wenn ihr ehrenvoll kämpft kleidet euch aus ja das heidel blickt dich herausfordernd an du siehst wie er mit seiner gürtelänge zwei schnallen zerschneidet die agrax rüstung fällt zum boden er tritt sie dann aus dem aus dem aufgespannten quadrat beziehungsweise dem vierecker raus und steht dann nur noch mit einem ländenschutz bekleidet vor dir ja das geht bei mir nicht so schnell das habe ich mir gedacht du kannst aber wenn du möchtest kannst du deine brüder bitten dass sie dir aus der rüstung helfen und zehn minuten später schließt du dann nur mit einem schwarzen karapax bekleidet und beziehungsweise dann in deiner ordensrobe von den dark angels vor ihm ich werfe noch mal einen blick auf meine waffen und greife dann gezielt zu meinem zeremonien schwert okay dann gibt mir mal bitte eine initiative er hat eine zehn ich bin bei der elf du darfst beginnen wenn du magst du darfst aber auch kommen lassen er würde sagen nachdem du dann kleidet bist in dem kleinen viereck stehst es ist nicht viel platz also das ist ein meter nach vorne meter nach hinten da ist da ist nicht viel luft auch nicht zum ausweichen nicht nach rechts und links das ist jetzt kämpfen auf engstem raum okay ich brauche mal unterstützung von unseren nahkämpfern denn ich war glaube ich seit den erst zwei runden nicht mehr im nahkampf und da bin da ein bisschen raus was sind so meine optionen an manövern sturmangriff geht nicht ist zu kurz ja darf ich mir schon ja mit mehreren attacken bräuchtest du special talente also das geht auch nicht du könntest sowas machen wie manöverangriff zum beispiel eine vergleichende kg um den gegner zurück zu tränken dann hat er wahrscheinlich automatisch verloren weil du ihm aus dem aus dem dingster raus gedrängt hast du könntest ihn packen dann kannst du ihn so zu boden ringen du kannst auch versuchen ihn zu entwaffnen was kannst du noch machen gezielter angriff du kannst du ihn auch du kannst versuchen ihn zu töten ja du kannst einen anderen standard angriff machen quer hacken oder sowas ne okay gut danke für die kurze übersicht ich glaube ich bin soweit und fange an gabriel zieht sein schwert und rücksichtslos sobald der startpfiff gegeben ist führt er seine erste normale attacke gegen sein gegner kampfgeschick sechs denn das ist das ist geschafft echt ist es geschafft ja ist geschafft und ziemlich gut und zwar ja ich hab's auch geschafft ich habe kampfgeschick 50 32 gewürfelt das heißt du stichst du er pariert lenkt eine waffe so ein bisschen oben sticht hinter ihm in die luft und dann siehst du wie seine gürklinge heranrauscht vier das versuche ich ebenfalls zu parieren gabriel also ich habe kampfgeschick von 59 aber meine waffe ist ausgeglichen das gibt mir plus 10 auf die parade das heißt mit der 64 ist es geschafft sind jetzt unsere erfolge relevant weil er das mit der 4 geschafft ne super bei dem themen leider ja ich sagte jetzt nicht leider unsere ehre steht auf dem spiel jungs gut alles klar dann hast du einen zweiten angriff ne hast du gegen den unmodifizierten menschen ja eine karabiner klinge aus knochen ja das welche welche ehre verlieren hier drin zu gewinnen er hat eine gürklinge das ist das ist so eine so eine kristallwaffe haben das ist keine knochen kein knochenschwert eine gürklinge so leicht begogen eine rüstung ausgezogen kann nicht verletzen richtig genau er kann an einem widerstand vorbeistechen gut dann nächste kampfrunde du wärst wieder dran mit der elf oder du lässt ihn vorher handeln ja ich greife noch mal an 81 nicht getroffen klingt nach einem schiff schicksals und du brauchst einen schicksals punkt um gegen einen mensch zu gestalten ja ansonsten wenn du diesen kampf verlierst dann darf er deinen schädel zerschmettern wenn er darauf besteht mit der 4 würdest du treffen er versucht zu parieren schafft das nicht du darfst schaden machen mein schwert macht ein bc plus zwei plus mein momentan stärke bonus der ist durch 20 verringert weil ich die rüstung nicht an habe richtig aber genau also einfach durch stärken mal zwei alles klappt das sind 16 ok er hat keine rüstung an aber er hat einen widerstand von 4 er hat auch keinen doppelten widerstand so wie du sondern einfach nur widerstand sind zwölf schadenspunkte du schneidest ziemlich tief du siehst wie sein bauch sich öffnet gedäme raus fallen er hält schnell seine hand davor und sticht dann zu ds vom schwert egal weil ds nicht durch den widerstand sticht also richtig 84 er ist wohl noch damit beschäftigt seine gedäme zusammenzuhalten kämpft wacker weiter schlicht auf dich zu du tauchst einfach drunter weg du hast noch eine halbe aktion ja damit kann ich ihn treten in einer halben aktion einfach mittendrin wenn er mir zu nahe kommt ich glaube nicht ne ja es ist beides ein standard angriff und du darfst nichts wenn man dieselbe handlung machen genau das ist das trägen ja dann ausweichen musst du nicht kannst nichts anderes doch manöver angriff dass eine halbe aktion da machst du die vergleichende kg um den gegner zurückzudrängen so könntest du den kampf auch beenden oder eher oder umreißen oder er beendet ihn ja dann mach das doch wenn du ihn sondern so ein ring manöver reinbringen willst mach das ach nee nee ich mach ihn gleich im schwerkampf nächste kampfrunde du bist wieder dran ich meine halt nur zu bedenken wenn du ihn killst könnte das unsere diplomatische mission gefährden ja das kannst du ja mit seinem toten kadhafer besprechen ich glaube alle sind sich im raum einig hat sich das selbst zuzuschreiben spätestens wenn er nach dem treffer weitergemacht hat ja ja also du schlägst mit der fünf zu er pariert mit der neuen du siehst doch wie er keucht und der kaele tritt dann tatsächlich hervor so nicht zwischen euch aber er hebt die hand das reicht heidel du hast verloren das erste blut wurde vergossen du hast verloren und du bist auf sein als seine barm angewiesen heidel nickt dann entschuldige ich mich bei dir niedrig hin er kniet sich tatsächlich hin wenn ihr mögt dürft ihr tatsächlich sein schädel zerbrechen so sind die regeln er blickt von dort unten zu dir nach oben trotzig dann lege ich ihm beide meiner großen hände auf den kopf um den kopf zu erbarmen hast du den falschen angel ausforder herausgefordert und drücke zu es gibt keinen wirklichen widerstand es knackt du magst wie es splittert deine hände färben sich rot und dann quillt die restliche masse zwischen deinen händen hervor fließt zu boden und du hast wie welche auf die tische geklopft werden und du hörst octavius schimpfen der fels des krolls wurde beiseite gelegt wir haben wieder frieden ab dank dass ihr auch diese tradition geert habt entschuldige mich für heidel dann musst du seine lektion lernen meine frage ist die leiche des dahingeschehenen eigentum des siegers was habt ihr vor ich benötige ich wollte mir eure biologie einmal anschauen ihr seid naja dieser planet wird euch mit sicherheit verändert haben wie bei allen anderen wesen auch torral du merkst wie es nach etwas riecht prometium schau zu kaele habt ihr eine verzeiht meine frage hat die veranstaltung was mit prometium zu tun ich weiß nicht was ihr meint er blickt zu den feuern die hier aufgebaut sind wir haben hier kein prometium dann bereit gerade jemand etwas größeres vor es stinkt abscheulich dann ja ich stürme ich an ihm raus nach draußen sowohl mit meiner waffe allein guckt sich noch während wilhelm die die leiche begutachtet ruckartig um wollte offensichtlich in die geradezu zu fried gehen was fragen hat gerade den mund aufgemacht dann rupt sein kopf rum es sieht aus wie er sich mit geschlossenen augen umsehen irgendetwas kommt und die anderen dann in ihren köpfen hören insbesondere auf watch captain brand der wort wird dünner oder macht euch bereit oder ich nehme meine rüstung keine rüstung für gabriel ja torral wenn du nach draußen trittst du wird das den feind du riechst es prometium während die anderen das noch nicht gerochen haben trittst nach draußen und siehst dann schwarze kreaturen die von den allen seiten die steine nach oben klettern triefend du siehst ihre arme ausgebreitet ihre karapax-panzer ähnlich wie dein eigener nur aus widerlichem xenos karatin und dann du überschätzt ihre zahl es sind viele hundert von den symbionten und während du an deine waffe greifst sie nach aus der magnetarretierung löst und langsam in den lehrlauf schaltest kannst du sehen wie sich eine besonders große kreatur ebenso schwarz mit prometium überzogen nach oben zieht ein gewaltiger weiterer symbiarch ein stück vor der tür brüder macht euch bereit für den kampf und während ihr euch bereit macht könnt ihr schon hören wie irgendetwas von den seiten durch die fenster herunter fällt auftrifft und dann könnt ihr schreien hören ihr seht wie die quasi gesamte halle nach und nach von symbionten gefüllt wird die direkt in den nahkampf gehen und mit ihren klingen alle aurana zerschneiden oder es versuchen die aurana selbst haben natürlich wenige waffen dabei sind teilweise auch schon angetrunken versuchen aber natürlich sich zu wehren sind völlig überrascht und der kampf beginnt initiative für euch alle gabriel darf eine neue initiative würfeln und dann hole ich uns ein ach so mensch da haben wir es ja schon beachtet bitte den maßstab ihr dürft selbstverständlich mit flammenwerfern herumspielen aber beachtet ihr könnt damit leider auch sehr viele von euren auranern brennen brennen oh nein die auraner das wäre ja so schade wenn wir dich erwischen das mache ich mir richtig sorg mhm ist klar ja gut ich sag da will der wird etwas bisschen anders sehen das sind alles zukünftige servitoren die wissen nur nichts von ihrem blöd achso ähm du hattest ja gefragt ob du den körper benutzen kannst für den servitor nein servitor muss immer aus gehirnmasse bestehen weil es keine künstlichen intelligenzen gibt und dadurch dass der schädel zerquetscht ist kann das kein servitor mehr werden ja aber ich glaube es sterben jetzt ein paar andere auraner das ist richtig das ist richtig ich möchte so was hatte ich denn gewürfelt hardcore nach technologie was du vorhast ich sag's ich hab's ich hab's da ist der symbiarch und für den symbionten brauche ich auch noch einen token und der symbiont hat eine 12 plus 15 17 und der symbiarch ich hatte wohl eine eigene initiative 7 19